Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. ZTE hat im Rahmen der IFA 2016 eine kleinere Version seines aktuellen Flaggschiffs, also des ZTE Axon 7, vorgestellt. Passenderweise heißt dieses Smartphone natürlich ZTE Axon 7 Mini. Interessant ist hier vor allem der Preis, denn für eine UVP von 299 Euro bekommt man zumindest auf dem Papier einiges geboten. Das Gehäuse besteht nahezu komplett aus Metall und fühlt sich dadurch bedingt auch relativ hochwertig an. Da hat man fast das Gefühl ein etwas höherpreisigeres Gerät in der Hand zu halten. Auch die Verarbeitung machte einen ziemlich guten Ersteindruck. Auf der Vorderseite oberhalb des Displays finden wir eine 8 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.2 und ZTE typisch setzt man natürlich auch hier wieder auf Onscreen Tasten. Das Highlight der Vorderseite sind aber natürlich ganz klar die Stereo Frontlautsprecher mit Dolby Atmos. ZTE betonte, dass die einen extrem guten Sound bieten sollen. Ich konnte sie kurz testen und die Soundqualität war wirklich ordentlich, vor allem wenn man den Preis immer im Hinterkopf behält. Ich finde es cool, dass ein Hersteller auch mal bei günstigeren Smartphones Wert auf die Lautsprecher legt. Machen wir noch einen kurzen Rundgang um das Gehäuse. Auf der linken Seite finden wir den Einschub für bis zu zwei SIM-Karten. Das Axon 7 Mini ist nämlich dual-SIM-fähig. Außerdem kann der 32 GB große Internetspeicher auch problemlos via MicroSD erweitert werden. Auf der Unterseite sitzen dann ein erstes Mikrofon sowie der USB-Type-C-Port. Rechts finden wir die lauter Leiserwippe und den Powerbutton und auf der Oberseite sitzen noch ein weiteres Mikrofon und der 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der Rückseite finden wir dann noch die 16 Megapixel Hauptkamera und einen Fingerabdrucksensor. Den konnte ich aber leider noch nicht genauer testen. ZTE verbaut ein 5,2 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 1920x1080 auflöst und von Corning Gorilla Glass 4 geschützt wird. Auch das Display hat einen ziemlich guten Ersteindruck gemacht. Als Prozessor kommt dann der Qualcomm Snapdragon 617 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen Octa-Core-Prozessor mit maximal 1,5 GHz. Dazu gibt es dann noch 3 GB RAM. Performance-technisch konnte das Axon 7 Mini auf den ersten Blick auch durchaus überzeugen. Mal schauen, wie das dann mit den finalen Geräten so aussieht. Der Akku hat eine Kapazität von 2705 mAh und ist natürlich wieder fest verbaut. Das Coole ist aber, dass das Axon 7 Mini Quick Charge 3.0 unterstützt. Das ist in der Preisklasse auch durchaus was Besonderes. Das Einzige, was mir so nicht wirklich gefallen hat, das war leider die Software. Das Axon 7 Mini kommt natürlich ab Werk bereits mit Android 6.0 Marshmallow. Die hauseigene Benutzeroberfläche wirkt für meinen Teil aber einfach etwas zu verspielt, bunt und überladen. Aber gut, das muss ich mir auch erstmal noch genauer anschauen. Erwähnenswert wäre vielleicht auch noch der dedizierte Audio-Prozessor von AKM. Der soll auch mit Kopfhörern für eine erstklassige Soundqualität sorgen. Das konnte ich zwar auch noch nicht genauer testen, aber wie gesagt finde ich super, dass ein Hersteller auch mal in dieser Preisklasse den Fokus auf die Audioqualitäten legt. Aber ja, das ist das ZTE Axon 7 Mini. Meiner Meinung nach ein ziemlich interessantes Smartphone, da man für 300 Euro durchaus einiges geboten bekommt. Sagt mir doch mal, was haltet ihr davon? Soll ich das Ding vielleicht mal testen, wenn es auf den Markt kommt? Apropos, es soll schon ab 7. September in Deutschland für die bereits erwähnten 299 Euro erhältlich sein. Das war es von diesem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer es hat euch gefallen. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.